Wir feiern dieses Jahr Jubiläum und zwar 10 Jahre Jubiläum seit dem letzten richtigen Märzwinter. 2013 war dies der Fall und wir schauen uns heute mal an, wie es dort war, wie es auch schon im Februar anfing, warum es dann so war und ob es Parallelen zu 2023 gibt. Ganz am Ende schauen wir uns das an und dementsprechend lehnt euch zurück. Es sind sehr, sehr viele Folien geworden, aber viel, viel Spaß mit diesem kleinen Rückblick in die Vergangenheit ins Jahr 2013. Wir fangen an mit der Wetterlage und zwar am 17. Februar. Ich zeichne einmal Deutschland ein, in Rot sehen wir hier wieder und oben links auch, ich zeige es nochmal mit der Maus hier oben, eingezeichnet immer das Datum, an dem wir uns gerade befinden, denn wir gehen jetzt stückweise durch. Das sind jetzt immer so zwei, drei, vier, fünf Tagesschritte, die wir durchgehen und ja, das ist also für eure Orientierung relativ gut, falls ich es mal nicht sage. Also wir haben jetzt hier ein aufsteilendes Hoch, jetzt schon zumindest Richtung 17. Februar. Also wir haben hier dort über den britischen Inseln ein Hoch, was nach Norden ziehen möchte. Es hat nicht wirklich eine große Barriere, deswegen kommt es auch gut voran am 20. Februar und bei uns löst es schon den ersten Kaltluftausbruch, Einbruch aus, so rum wäre es richtig, mit der Minus 10er Isotherme in 1.500 Metern Höhe. Da kommen wir schon mal in eine erste nordöstliche Lage und eine nordöstliche Strömung, die bei uns wirklich kalte Luft anzapft und bei uns auch eine erste Dauerfrostlage Richtung 20. Februar uns dann für ein paar Tage lang zumindest beschert, bevor sich dieser ganze Tiefdruckkomplex, dieses Kaltluftzentrum dann abschnürt und als eigenständiger Kaltlufttropfen bei uns in Südeuropa und im Mittelmeerraum dann agiert. Da ist es also dann bei uns dennoch immerhin relativ bodennah kalt. Die richtige Höhenkaltluft verschwindet dann so Richtung Frankreich, Richtung Spanien auch und dort ist es dann wirklich richtig kalt, kälter als bei uns. Bei uns ist es dann wirklich hochdrucklastig und der Schnee, der dort gelegen hat, der bleibt dann erstmal liegen mit einer Inversion, die aber teilweise sich auflöst und am Nachmittag gibt es dann, vor allem in diesen Regionen, wo kein Schnee liegt, relativ viel Sonne. Ein paar Tage später und zwar am 2. März, da geht es dann langsam los. Hier steilt sich, versucht sich zumindest ein Hoch aufzusteilen und zwar dieses Hoch, was sich hier über Mitteleuropa oder über südlichen Skandinavien aufgebaut hat, versucht sich dann nach Westen retrograd zu verlagern und sich dann Richtung Island, Grönland und auf den Nordatlantik zu positionieren. Das aber scheint in diesem Lauf, also angesichts dieser Karte zu funktionieren, aber die Realität sieht meistens anders aus und dementsprechend wird das hoch zurückgedrängt und es sieht am 5. März, nur drei Tage später, nach einer sehr, sehr milden Lage aus für uns in Mitteleuropa, für uns in Deutschland. Denn die große Kälte hat sich hier Richtung Island, Grönland positioniert und ist hier abgeflossen, anstatt zu uns zu fließen. Denn der große Tiefdruckkern, der ist weiterhin bei dem nördlichen Skandinavien vorhanden und somit über dem Nordmeer und auf unserer Seite, also hier Richtung Kanada, da wo sonst die Kälte ist, dort ist eigentlich momentan nichts vorhanden von dieser Kälte. Ja, aber auch dennoch kann es bei uns eine warme Lage hervorrufen und das tut es ja auch in der Höhe mit über 5 Grad in 1500 Metern Höhe, fast 10 Grad. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr milde Lage, das sehen wir auch an den Temperaturen am Boden in 2 Metern und zwar die Höchstwerte sind deutlich über 10 Grad oder am 5. März in 2 Metern Höhe. Es ist wirklich sehr kalt. Den ersten großen Kaltluftversuch und Einbruch dann im März gab es am 10. März und zwar im Norden Deutschlands, da haben wir hier quasi eine südliche Westlage, könnte man sagen, mit einem Hochdruckblock über Island und über Grönland. Und dann haben wir hier ein T und hier ein T, das sind sogenannte Tiefs, wie ihr vielleicht wisst und die ziehen quasi südlich an uns vorbei oder genau über Deutschland. Das heißt, in diesem Fall wäre es eben so, hier käme im Norden die kalte Luft an. Mit eben, sehen wir es hier, ab der Mitte nordwärts kalten Temperaturen in 1500 Metern Höhe, 0 Grad beziehungsweise richtig in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sehen wir sogar schon die Minus-10er Isotherme. Also eine scharfe Luftmassengrenze, könnte man sagen. Im Süden ist es teilweise deutlich zu warm mit eben 5 Grad in 1500 Metern Höhe. Am Boden sieht das Ganze ähnlich aus. Da haben wir ebenfalls eine markante Luftmassengrenze mit fast 10 Grad am Boden. Im Süden von Deutschland in Richtung Bayern, Baden-Württemberg und auch im Norden, da haben wir eben die Luftmassengrenze und da ist Dauerfrost schon in weiten Teilen Norddeutschlands Richtung Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Bremen. Bremen habe ich schon gesagt, Berlin und Brandenburg natürlich auch noch. Und dann ein paar Tage später, nur drei Tage später, am 13. März, da bricht das Ganze dann richtig durch und dort würde dann die ganze Kaltluft deutschlandweit geflutet werden. In 1500 Metern Höhe ist die Minus 10 Grad dort deutschlandweit mehr oder weniger verbreitet vorhanden. Zumindest mal die Minus 500 sehen wir auch, am Boden gibt es dann Dauerfrost in ganz Deutschland. Ausgespart blieben wir im äußersten Nordwesten Richtung Nordseeküste und auch noch im äußersten Südosten. Aber das ist nur eine temporäre Frage. Dort geht es dann gleich weiter. Aber wir haben eine kleine Verschnaufspause der großen Kälte, denn am 17. März, dort, ja, etabliert sich quasi ein Tief über den britischen Inseln, was bei uns logischerweise aufgrund der Drehrichtung des Tiefs, ein Tief dreht sich nämlich gegen den Uhrzeigersinn und würde bei uns dann eben die warme Luft ankurbeln. Das sehen wir ja auch mit 0 und etwas über 0 Grad in 1500 Metern Höhe. Da wird es nochmal relativ mild in der Höhe, auch am Boden, aber nicht ganz so mild, wie man vielleicht gedacht hat oder denken könnte. Denn wir haben immer noch die Höhenkaltluft vorhanden, das Ganze deckelt so ein bisschen auch die kalte Luft am Boden. Auch wenn wir hier mal kurz in 1500 Metern Höhe die milde Luft bekommen. Ganz oben in 5,5 Kilometern Höhe ist eben noch die kalte Luft, die uns dann auch weiterhin beschreibt. Und das Tief, was wir jetzt gerade gesehen haben über den britischen Inseln, Das zieht nur zwei Tage später dann über uns hinweg und wir haben es wieder rückseitig mit einer kalten Luft zu tun. Ich habe mal den Fall kleiner gemacht jetzt, weil wir ja doch deutlich Temperaturunterschiede haben, gerade im Norden. Da haben wir diese Minus 10er Blase und im Süden haben wir die Plus Nuller, beziehungsweise dann schon etwas in den Alpen zumindest etwas über 0 Grad in 1500 Metern Höhe. Und dieser Kampf der Luftmassen, der Kampf der Giganten, der geht auch weiter am 23. März. Da haben wir zum einen Richtung Norddeutschland wieder die kalte Luft und Richtung Süddeutschland die milde Luft anders ausgedrückt. In 1500 Metern Höhe ist es im Norden sehr kalt mit fast minus 15 Grad in 1500 Metern Höhe und im Süden sehr, sehr mild mit fast 5 Grad in 1500 Metern Höhe. Also in der Höhe, selbst da sind es Temperaturunterschiede von eben um die 20 Grad, die wir hier verzeichnet haben. Aber wir haben einen klaren Gewinner drei Tage später und das ist die kalte Luft. Die setzt sich dann durch bis nach Frankreich, setzt sie sich durch bis in die Mitte Frankreichs. Und da haben wir dann quasi in ganz Deutschland die minus 10 und teilweise sogar minus 12 Grad in 1500 Metern Höhe gehabt. Das reichte nochmal für Dauerfrost und Schnee. Wir haben dann aber auch, und so endete dann der ganze März, mit einem April-Scherz könnte man sagen. Nein, aber mit dem 1. April. Und dort haben wir wieder ein Tief, was östlich von uns sich Richtung Ostpolen bewegt und befindet. Und dort haben wir dann eben wieder im Norden die kalte Luft, die sich aber diesmal bis in den Süden reinzieht. Also wir haben am 1. April auch noch die minus 10er Isotherme, die minus 10er Luftmasse in 1500 Metern Höhe bei uns in Deutschland. Es ist wirklich sehr, sehr kalt für diese Jahreszeit dann schon. Dann sind wir ja schon wieder im April. Da beginnt dann auch so langsam der Frühling. Und da dürfte es diese Luftmassen eigentlich gar nicht mehr geben. Aber man könnte denken, bei diesen Luftmassen gibt es ja locker Dauerfrost in ganz Deutschland. Nein, das gab es aber dann nicht. Und das zeigt mal wieder, wie weit fortgeschritten wir denn doch mit der Jahreszeit sind und wie weit fortgeschritten wir mit dem Sonnenstand sind. Denn das hier hat gerade mal, sehen wir hier im Erzgebirge und in den Alpen, eben diesen Dauerfrost gebracht. Ansonsten gab es weit verbreitet keinen Dauerfrost mehr. Zwar nicht wirklich warme Temperaturen logischerweise, aber doch Temperaturen so zwischen 1 bis 5, vielleicht 6 Grad plus. Das bei dieser Luftmasse ist schon extrem warm am Boden. Aber das zeigt eben, dass wir doch schon weit fortgeschritten und dann auch schon im April sind. Und dass es deutlich wärmer wird, als man vielleicht annehmen mag bei dieser Luftmasse in 1.500 Metern Höhe. Ja, dann habe ich noch andere Karten mitgemacht und zwar die Anzahl der Tage mit Schneedecke. Also das heißt von 31 Tagen im ganzen Monat gab es sozusagen eben vor allem im Norden so um die 22 Tage am Stück. Am Stück ist nicht ganz richtig, aber im Monat verteilt 22 Tage mit Schnee von 31 ist schon heftig. Und das haben wir eigentlich selbst in diesem ganzen Winter nicht gehabt, also im richtigen Winter nicht gehabt. Der März ist ja nur noch so ein Spätwintermonat, wenn überhaupt. Meteorologisch ist ja sogar schon der Frühlingsmonat. Und dementsprechend ist das Ganze natürlich schon sehr krass, dass wir hier fast zwei oder über zwei Drittel des ganzen Monats mit Schnee haben, vor allem im Nordosten. Da gab es immer auch diese Kaltlufteinschiebe, die wir gerade gesehen haben. Da war der Norden meistens auf der kühlen Seite, auf der kalten Seite aufgrund des Tiefs, was immer durchgezogen ist. Und da gab es dann auch meistens eben den Schnee aufgrund der Luftmassengrenze. Im Südwesten sieht das Ganze ein bisschen anders aus, im Westen allgemein sowieso. Und da können wir mal gucken, wo die höchste Schneedecke lag. Da sehen wir sogar hier im Westen, es gab zwar auch hier Schneedeckentage bzw. Schneehöhen, aber die lagen dann meistens so im einstelligen Bereich bei 0 bis 1, 2, 3, vielleicht 4 Zentimeter Schnee. Mal auch im Süden war es relativ schneearm. Da hatten wir auch oft auch die warme Luft, die wir dort gesehen haben. Und ansonsten sehen wir eben im Nordosten doch deutliche positive Abweichungen der Schneehöhe. Mit teilweise 15, 20, hier sogar teilweise in einem Breitenschreifen 30, fast 40 Zentimeter mit einer Schneehöhe. Ist sehr, sehr heftig, sehr, sehr krass und sehr, sehr viel für einen März 2013. Woran aber lag das Ganze, dass es dort so kalt war? Und da müssen wir wieder auf den Polarwibbel zurückschauen, denn der Polarwibbel war am 3. Januar. Hier oben sehen wir das Datum wieder eingekreist bzw. eingeäckigt in rot. Und dass wir am 3. Januar bereits ein Major Warming hatten. Und das Major Warming in der Höhe, das ist jetzt der Polarwibbel in 10 Hektopascal, das heißt also der Polarwibbel in rund 30 bis 35 Kilometern Höhe, das bedeutet nichts anderes als, dass wir dort, das ist quasi der Motor, das ist der Motor unseres Winterwetters, wenn man so möchte. Und hier ist eben dieser Kern des Polarwibbels mit minus 84 Grad. Und der wird verdrängt, der wird gedrängt mit einem Warming, das über 0 Grad, teilweise 4, vielleicht sogar 8 Grad im Kern hatte. Und das ist schon sehr, sehr krass, dieser Temperaturunterschied, den wir dort verzeichnet haben. Nur sechs Tage später sah das Ganze nach diesem Warming dann so aus. Und dort haben wir dann quasi einen sogenannten Polarwibbel-Split. Das ist die Folge von dem Warming, das da stattgefunden hat. Hier hat sich also quasi der Polarwibbel gesplittet. Und hier ist ein Teil des Polarwibbels über die USA, über Kanada und ein bei uns, beziehungsweise fast schon Richtung Afrika. Das ist also wirklich schon sehr, sehr niedrig, sehr, sehr südlich, könnte man sagen, dieser Polarwibbel. Und auch nur ein paar Tage später dann Richtung Mitte Januar sah das Ganze so aus. Da sieht man den Split nochmal besser. Da haben wir in der Mitte diesen Wärmebereich, diese Warmings, die wir dort haben. Und hier eben Richtung nördliche Nordhemisphäre und Richtung südliche Hemisphäre jeweils ein Klops, könnte man sagen. Ein Klops, ein Klops-Polarwibbel macht dann zwei. Aber das sah mittlerweile fast so aus wie bei uns aktuell, dass der Polarwibbel sich auflöst. Aber dafür ist es natürlich viel zu früh. Das ist gerade Anfang der Saison, Anfang des Winters. Und dann sieht man auch, der hat sich immer wieder regeneriert. Und bis zum 24. Februar sehen wir jetzt hier wieder vollständig regeneriert bis minus 74, minus 76 Grad sogar im Kern des Polarwibbels. Das ist also wieder ein normal, vollständiger, gesunder Polarwibbel. Der hat sich erholt, aber dennoch, das bleibt nicht ohne Folgen. Der Januar war normal temperiert, könnte man sagen, also durchschnittlich. Der Februar war schon leicht zu kalt, könnte man auch sagen, so um die minus ein Grad im Mittel, nach dem alten Mittel wohlgemerkt, muss man dazu sagen. Das reden wir mittlerweile immer mit dem neuen Mittel. Aber das war damals noch anders. Da war das noch das alte Mittel 1961 bis 1990. Und der März, der hat den Vogel abgeschossen, vor allem in der Nordhälfte. Dort haben wir hier Leipzig, Dresden, minus 5 Grad. Aber ansonsten auch eingekreist hier unten. Minus 3,06 Grad zu kalt war der März 2013. Das hatten wir damals also gar nicht auf dem Schirm, dass das überhaupt noch passieren kann. Und danach passiert es auch nicht mehr. Bis heute, ob das dieses Jahr passieren könnte, das bleibt abzuwarten. 0,22 Grad gab es im Mittel, deutschlandweit gemittelt, also quasi Tag, Nacht gemittelt. Ganzer Monat war also eine Mitteltemperatur von 0,22 Grad. Auch das ist sehr, sehr kalt für einen März und hat teilweise kältere Werte gebracht als der Februar, als der Januar, als der Dezember. Und sowieso als bei uns jetzt zum Beispiel im Jahr 2023, als der gesamte Winter. Der März 2013 war außerdem relativ stark zu trocken mit 60% Niederschlagswahrscheinlichkeit bzw. Niederschlagssumme insgesamt. Und dennoch leicht zu sonnig mit 105% Sonnenschein. Im Norden, gerade so Schleswig-Holstein, nördliches Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen-Anhalt, nördliches Brandenburg. Dort war er doch deutlich zu sonnig mit bis zu 150% des Sonnenscheinsäules insgesamt gerundet. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz auf das, was die Modelle aktuell berechnen. Es gibt viele, viele Modellwahrscheinlichkeiten. Es gibt auch der amerikanische Hauptlauf von, ich glaube, heute Morgen und auch gestern Abend. Der hat gezeigt, dass es auch anders geht, dass wir auch über 20 Grad bekommen können aufgrund dieses Warmings, das wir gerade bekommen haben und jetzt vielleicht die Auswirkungen erfahren. Aber es gibt auch genug Läufe, die zeigen eben sowas. Und das könnte durchaus passieren. Das wäre dann vielleicht doch wirklich ein März-Winter 2013 Reloaded, Fragezeichen. Vielleicht natürlich nicht in der Form mit der südlichen Westlage, mit den ganz vielen Schauern. Aber zumindest in der Höhe mit der Kaltluft mit minus 10 Grad in 1500 Metern Höhe ist schon ordentlich kalt. Und das kann nochmal richtig Winter geben. Vielleicht die winterlichste Phase, wie gesagt, schon mal in einem letzten Video des ganzen Winters 2022, 2023. Das ist jetzt die Phase für Mitte beziehungsweise Anfang März. Es gibt aber auch noch eine zweite Phase. Und die zweite Phase, die beginnt jetzt am Wochenende schon am Freitag, wird es richtig kalt mit bis zu minus 10 Grad, auch in 1500 Metern Höhe. Und dort berechnet das europäische Modell diese Schneehöhen und zwar bis Sonntag. Das ist ja fast schon eine deutschlandweite Schneedecke. Ausgespart blieben wir im äußersten Westen einmal quer runter. Aber ansonsten wäre es eine deutschlandweite Schneedecke. Gerade der Freitag und der Samstag, die würden dann diesen Schnee bringen aufgrund eines Tiefs, was durchziehen würde. Das ist aber noch alles nicht sicher, ob das überhaupt liegen bleibt. Da ist das europäische Modell ja immer ziemlich optimistisch. Das müssen wir dann abwarten. Aber es sieht auch durchaus so aus, als würden wir theoretisch in der nächsten Zeit einen der schneereichsten und vor allem eines der kältesten Märzmonate der letzten Jahre, vielleicht sogar der letzten 10 Jahre bekommen.